Ja, kann ich hier noch irgendwie? Irgendwen? Nö. Bambi interessiert sich anscheinend nicht für Bozo. Die interessiert sich eher für Kindergeschichten von Bozo. So, was habe ich denn? Eine Muttermilchpumpe. Kann ich da Hormone reinpacken? Lieber nicht. Nur ungern denke ich an das Debakel mit meinen Hormonbrötchen zurück. Bozo ist einfach unausstehlich, wenn er seine Tage hat. Okay. Kann ich da noch irgendwas mit Baby-Bozo machen? Das fährt mir grad so ein. Wo ich den Strick grad habe, ist mir noch wegen, ähm, ne? Es würde noch nicht mal ein Schrumpfkopf. Vielleicht kriege ich das irgendwie am Bein oder sowas. Gute Neuigkeit. Echt? Komm. Lass es mal hingehen. So. Oh, je, he. Heul nicht, weil ich das sei denn. Na dann. So, ähm, kann ich den Strick hier ran festmachen. Hehe, ja, genau. Das wird eine wunderschöne Fall. Perfekt. Äh, Hofos? Bist du sicher, dass eine Schlingenfalle hier die beste Option ist? Na sicher bin ich mir sicher. Das ist wie bei den Cowboys. Du magst doch Cowboys, oder? Ich mag Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Baby in eine Schlingenfalle locken würde. Ja, weil er kein echter Cowboy ist. Lass mich einfach mal machen, okay? Und halt den Fotoapparat bereit. Äh, Muttermilch. Kann ich die jetzt da in die Schlinge? Ach, geht gar nicht. Ja, damit... Das ist ein Strick. Da kann man nur nicht mal... Einen Schrumpfkopf kann man nur nicht mal. Ja, ja. Ich hatte jetzt wirklich Schnürsenkel wirklich damit gerechnet. Hehe, jetzt sitzt er in der Falle. Und? Wer ist jetzt der Klügere? Also, bis jetzt tut sich gar nichts. Achso. Die Falle ist gestellt. Jetzt muss ich den Säugling nur noch heroisch hineinlocken. Ist ja schon. Was bereich denn jetzt? Äh, Rufus? Gehört das noch zum Plan? Hallo? Ich verstehe dich nicht. Was willst du mir sagen? Vielleicht zeigst du einfach drauf. Das Seilende? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Schon gut, schon gut. Ich komm ja schon. Nur Mut, Barry. Nur nicht runtergucken. Nur nicht... Oh-oh. Ich hab's geschafft. Ja. Und ich konnte sogar helfen. Helfen? Genau. Wenn du fertig bist, dir eine Scheibe von meinem Erfolg abzuschneiden, könntest du dann endlich das Foto machen? Ähm... Äh, bist du dir sicher? Ich kann mich ja auch so schon kaum halten. Mach das, du Scheuerte, Foto! Äh, na gut. Äh, das Foto. Na, das hat doch prima geklappt. Findest du? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das Ganze ausgegangen ist. Dann hast du ja das Beste verpasst. Hab ich ein Foto gemacht? Und was für eins. Ich borg es mir kurz aus, okay? Das würde sich gut über dem Kamin machen. Ich hoffe zumindest, dass wir auf Elysium einen Kamin haben. Wo soll ich sonst mein Schießpulver trocknen? Ja, sorry. Ich bin jetzt gerade ans Mikro gekommen. Heldenfoto. Jo, super. Und ich hab Baby Bozo im Gepäck. Super. Super. Dann kann ich ja Bozo nochmal schnell das Heldfoto zeigen. Mal sehen, was er dazu sagt. Guck mal hier. Hey, Bozo. Was erkennst du auf diesem Bild hier? Ich will doch einfach nur... Was denn? Das ist der Teufel. Blödsinn, das bin ich. Und ich bin dabei, ein Kind in der Not zu retten. Mann, du hast ja echt nicht alle Tassen im Schrank. Hm, okay. Guck mal hier, Baby Bozo. Keine Sorge. Ich passe auf deinen kleinen Bruder auf, solange du ausgenockt bist. Nein! Keine Panik. Ich kann gut mit Kindern. Ich werde ihm ein paar Tricks beibringen. Er kann mir zum Beispiel bei meinem Sägetrick assistieren. Nein! Ach komm, da kann nichts passieren. Baby Bozo ist doch viel kleiner als du. Ich möchte ihn ehrlich gesagt lieber irgendwo abgeben. Ich trau, ich trau es nicht. Hier, komm. Nimm den kleinen mal. Hallo? Auf diesem Bild hat er schon wieder Nasenbluten. Der Arme. Ich habe Baby Bozo gerettet. Zu seiner Verteidigung? Das Pony war auch wirklich ein Wildfang. Hm? Daneben nicht. Kann ich jetzt hier wieder in die Wege legen? Nee, anscheinend nicht. Hallo? Ja, okay. Jetzt habe ich Baby Bozo. Kann ich den Hormone geben? Damit er auch so eine Oberweite bekommt wie sein Bruder? Das wollen wir lieber lassen. Na gut. Aber ich brauche noch ein Bild. Nur ich weiß nicht, wie ich das Bild kriegen soll. Achso, hier, guck mal. Guck mal. Baby Bozo. Diese Gruftis bekommen gar nichts von mir. Laut Generationenvertrag schulden sie mir noch eine abgeschlossene Ausbildung, Querflötenunterricht und einen sauberen Planeten. Ich nehme stattdessen aber auch gerne den Sportwagen. Hier, du hast doch Aushilfe gesucht, oder? Eine männliche Aushilfe. Ich bin nicht interessiert an irgendwelchem Schnickschnack. Eine Teigtasche kostet 1 Lotti 25. Aber solange ich keine neue Aushilfe habe, bleibt die Fritteuse eh aus. Du machst Teigtaschen in der Fritteuse? Hör mal, ich mache gar keine Teigtaschen. Das macht meine Aushilfe. Und die kennt sich auch mit den Namen der Geräte aus. Aber ich habe doch noch immer keine Aushilfe. Ja. Hier. Lotti hat zwar Jahre lang im Rathaus gearbeitet, aber sie ist trotzdem unbestechlich. Das scheint paradox. Aber vielleicht ist das so ähnlich wie mit Krankenhauskeimen. Hier, komm. Hormone. Lotti hat ihre Hormone nicht genommen. Vielleicht hatte der Wahrsager doch recht. Den kleinen Racker lasse ich nicht mehr aus den Augen. Es sei denn, natürlich. Jemand macht mir ein richtig gutes Tauschangebot. Achso, ich habe ja noch den anderen. Okay, pass auf. Dann werden wir nochmal alles weiterleiten. Ich glaube, Baby-Boso, weiß ich nicht, ob ich den weiterleiten kann. Den behalte ich lieber bei mir. Er ist mir immerhin schon einmal ausgebüxt. Düdü. Hahaha. Okay. Ja, okay, jetzt bin ich hier. Guck mal, mein Heldenfoto. Ich kenne da einen fabelhaften Therapeuten. Und geh wasser. Warte mal, Hormone, könnte ich das denn gehen? Ich könnte locker so weit werfen, aber so lang. Ach, ja. Dann geh runter. so hier guck mal muttermilch nicht nötig mit seinem haar wuchs ist nun wirklich alles in ordnung aber die hormone vielleicht du solltest einen karrierewechsel in betracht ziehen ich weiß leider gibt es auf dem arbeitsmarkt gerade keine angebote für ausgebildete handmodels ich habe ja auch mehr an einen job als versuchstier für experimentelle medikamente gedacht hab ich schon hinter mir ach so jetzt wo du sagst verdammt kann ich vielleicht ach so warte mal wir haben doch wir haben doch einen ort wo die kinnis eventuell bleiben können so hier ja das wäre gemütlich da könnte ich direkt drauf einpennen und wo sollen wir dann schlafen was wer spricht da wir ach so klar dings da und und bumstig ja und was macht ihr hier so das fragen wir uns auch langsam gut dann eben nicht was kann ich denn noch machen mensch fangen wir erst mal hier hinten an mal gucken was gibt es denn hier alles irgendwas fehlt an diesem wagen über etwas zum kurbel und es müsste genau in diese kurbel halterung da passen was könnte das nur sein keine kurbel zum auswerfen da na los ihr kennt das spiel nach größe und gewicht zu urteilen befindet sich in dieser kiste eine kleinere kiste oder ganz was anderes schwer zu sagen hey rotzies könntet ihr vielleicht eine räuberleiter für mich machen aber herr rufus aber herr rufus schon klar mein fehler vergesst es einfach eine elektrische wärmequelle für den hausgebrauch so ein neumodischer schnick schnack was ist aus dem guten alten dachstuhl brand geworden kann ich mir den heizstrahler ausborgen naja es ist schon recht kalt hier aber wenn es nicht lange dauert lasst lasst mich das mal machen okay wofür brauchst du ihnen rufus naja ich dachte oder da fällt mir ein dass die garantie verfällt wenn wir ihn verleihen genau wenn wir wenn wir ihn verleihen ja ja sorry rufus ein andern mal vielleicht okay toll hey ihr zwerge anmarsch und jetzt schön brav stillhalten ist das klar was genau haben sie vor stillhalten gilt auch für die futterluke ich hab keine ach so ok super na gut ne die ist fest verrammelt na toll wie bin ich hier und kriegste nicht auf vielleicht mit dem schild mit diesem plunder würde ich nicht meine pappschachtel aufkriegen da brauche ich schon richtiges werkzeug das war mindestens eine 10.0 ich versuche jetzt erstmal die leute an mann zu bringen du solltest einen karrierewechsel in betracht ziehen ich weiß leider gibt es auf dem ich hab ja auch mehr an einem hab ich schon ach so ich mag vielleicht keine fünf dafür gibt ja keine mühle in den shop mit solchen typen die kennen hier ja das lass ich lieber im mantel ich möchte ja nicht wie ein hausierer wirken tja also irgendwie hm mir gehen die ideen aus Hansi Nieder hat gedacht sich mal einen richtigen Job zu suchen wieso was arbeitest du denn ich bin erfinder erfinder von ausreden vielleicht der beste im südostquadranten hier muttermilch haben sie durst und wie tja darüber hätten sie nachdenken sollen bevor sie meine sachen an den papp verkauft haben blödmann hier ist man als pfandsammelweib eigentlich krankenversichert kommt immer darauf an ob du festangestellt oder freiberufler bist logisch kann ich denen das geben ja na liebe kinder Ihr habt doch sicher Hunger. Nicht? Kommt drauf an. Hat das damit zu tun, ihn nicht weiter hinterher zu laufen? So ähnlich. Dann nicht. Ach, blöder Pappkopp. Hier, Bratensoße. Na, meine lieben Rotz. Ihr habt doch sicher Hunger. Kommt drauf. Hat das... Dann nicht. Menno. Hier sind nur diese komischen Pilze. Ach, da geht's ja auch nochmal lang. Ach ja. Hier gab... Hier war ich am Anfang. Richtig. Äh. Ja gut, hier prägt das irgendwie gerade überhaupt nichts. Okay. Ach, verdammt. Ich werd sie los. Miest. Ja, was mach ich denn jetzt? Ja, was mach ich denn jetzt? Ich muss noch ein Bild kriegen. Geht's damit weiter? Nehmen Sie Haltung an, Soldat. Wir sind noch nicht fertig. Oh Gott. Okay, der Ärmste. Ja, ähm. Der hat... Ein Kuhfuß. Ah, mein Zweitlieblingswerkzeug. Gleich nach der Abrissbirne. Äh, das ist jetzt aber nicht der Fuß von Private Lottie, oder? Der Kuhfuß. Entschuldigung. Kann ich das Brecheisen haben? Na klar. Ich meine... Ja klar, Kumpel. Nimm ruhig. Wozu brauchtest du das überhaupt? Als Schuhlöffel. Verstehe. Ach, Moment. Brecheisen. Natürlich. Äh, ja. Das war doof. Komm, hier. Brecheisen für Kiste. Na los, ihr kennt das Spiel. Kusch. Aber erst hierher. Hey, ihr Zwerge. Anmarsch. Und hopp. Na? Ach so. Und jetzt schön brav stillhalten. Ist das klar? Was genau haben Sie vor? Stillhalten gilt auch für die Futterluke. Tadadadadada. So. Brechstange. Und zack. Bananen. Na ja. Hätte schlimmer kommen können. Wenn ich die Quantentheorie richtig verstanden habe, bestand eine 50-prozentige Chance, dass ich eine tote Katze finde. Ja, aber mit seiner Schrödinger-Katze. Ziemlich magere Ausbeute für solch eine große Kiste. Warum sind es denn immer Bananen? Vor allem nur eine. Das war mindestens eine 10.0. Hier, Banane. Na? Will das Öffchen eine Banane? Nennst du mich etwa einen Affen? Ich hätte schon gern eine Banane. Kommt nicht in Frage. Schlimm genug, dass ich den Affen spielen muss. Da muss ich mich nicht auch noch beleidigen lassen. Aber du bist nun mal der bessere Affe. Was willst du damit sagen? Ist doch egal jetzt. Ich habe Hunger. Und so wie du dich anstellst, bekommen wir nie die fünf Slotty. Ich liebe die Banane. Ach, du triffst jetzt die Entscheidungen, oder was? Oh, Entschuldigung. Ich und mein Affe nehmen gerne die Banane. Du wagst es. Hey, komm zurück, du Affe. Na toll. Was sitzt du denn hier so faul rum und hältst Maulaffenfeil? Na los, zeig Leben. The show must go on. Wie denn ohne Partner? Ich könnte ja einen Augenblick kurbeln. Vergiss es. Ich werde garantiert nicht noch einmal den Affen spielen. Aber wenn du den Park übernehmen willst, schnapp dir den Filz und los geht's. Nee, lass mal. Ich wäre ein lausiger Affe. Na und? Das war ich auch. Wir hätten misstrauisch werden sollen, dass der Kindergarten alle Faschingshüter auf einmal an die Straße gestellt hat. Der Job ist Mist, aber der Hut hat was. Hey, was soll denn das? Willst du jetzt das Äffchen spielen? Käm ich nicht im Traum drauf. Dann lass meinen Filz in Ruhe. Es sei denn natürlich, du kennst jemanden, der diesen Job übernehmen würde. Mal gucken. Kenn ich jemanden, der gerne in der Gosse das Tanzäffchen für einen Affen spielen will? Ich würde dir auch meine ersten Einnahmen als Vermittlungsprovision geben. Vielleicht fällt mir doch jemand ein. Zeig ihnen den Filz. Er ist das einzig Coole an dem Job. Ich ahne ja wenig. Ich frag mal Goon, ob er nicht möchte. Kann ich mir die Kurbel ausleihen? Ich dachte, du wolltest mir ein Tanzäffchen besorgen. Ja, und? Wie, ja, und? Was soll ich denn mit einem Tanzäffchen, wenn an meinem Leierkasten die Kurbel fehlt? Oder hattest du gar nicht vor, mir einen neuen Partner zu suchen? Dann hör mal ja sicher doch. Wenn du dich umentscheidest, will ich meinen Filz zurück. Ah, okay. So, Goon, ich hab einen Job für dich. Oh, Kronkwitz. Na los, ihr kennt das Spiel. Kusch. Ist ja gemein. Ich könnte euch helfen, einen Job zu finden. Nicht nötig. In der gesamten Kanalisation gibt es nur fünf Slotty. Da reichen meine gelegentlichen Auftritte im Pub vollkommen aus. Wie jetzt? Du hast eine Solokarriere gestartet? Wir hatten doch noch Ziele mit der Band. Ach, schade. Dann gibt es eine Solokarriere Mel unreasonable. Mhm. Dus nicht bientôt.